Wenn sich Leute streiten, dann manchmal deshalb, weil sie unterschiedlicher Meinung darüber sind, was vernünftig sei. Und sie unterstellen dem anderen dann jeweils Unvernunft. Ich frage meine Schüler dann gelegentlich, was man in so einer Situation denn tun könnte. Und ich hoffe dabei, dass jemand vorschlägt, ich trete einen Schritt zurück vom speziellen Streitfall und frage mich und den anderen erstmal, was könnte man denn sinnvollerweise meinen, wenn man das Wort vernünftig oder Vernunft verwendet. Ein bekannter deutscher Philosophie-Professor, leider vor genau elf Tagen gestorben, habe ich gerade in der Wikipedia gelesen, Herbert Schnädelbach, hat dazu ein kleines, aber feines und gut lesbares Buch geschrieben. Da meint er zunächst, Vernunft bzw. Vernünftigkeit sei die Fähigkeit, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und zu handeln. Und meist ist dabei auch mit gemeint, dass man auf diese bestimmte Art und Weise denken und handeln sollte. Was diese bestimmte Art und Weise zu denken und zu handeln umfasst, dazu gibt es und gab es verschiedene Vorschläge. Überlegen, erkennen, vermuten, berechnen, kalkulieren, begründen, beweisen, rätsel lösen und nicht zuletzt sprechen. Die Vernunft ist also in Wahrheit ein Plural oder besser ein sogenannter Kollektiv-Singular. Und was zu diesem Kollektiv vernünftiger Verhaltensweisen zählt, hat sich im Laufe des philosophischen Nachdenkens über die Vernunft stark verändert. Deshalb lässt sich die Frage, was dieses Wort bedeutet, nicht mit einer einfachen Definition beantworten. Manche Menschen enttäuscht das. Die erwarten auch bei den schwierigsten Begriffen einfach zu verstehende Definitionen, am besten in einem Satz, den man dann auswendig lernen und dem anderen um die Ohren hauen kann. Diese Leute übersehen dabei aber, dass Definitionen nicht am Anfang, sondern bestenfalls am Ende einer Theorie gegeben werden können. Denn zumindest brauchbare Definitionen sind in Wahrheit Konzentrate von Theorien. Sie sind sozusagen Abkürzungen für bestimmte Sichtweisen auf die Dinge. Und was nun die Vernunft anbelangt, gibt es seit den Anfängen der Philosophie in Griechenland mehrere große solcher Theorien. Bei anderen Begriffen wie Materie, Leben, Gott oder Natur ist das übrigens ebenso. Wobei spätere solcher Vernunftstheorien an ältere anknüpfen und sie kritisieren. Aristoteles, von dem stammt das erste Buch über Logik, die offenbar was mit Vernunft zu tun hat, Aristoteles etwa las Platon und kritisierte seinen Vernunftsbegriff, Kant las Aristoteles, Schopenhauer las Kant und Habermas las vermutlich Schopenhauer. Deshalb kann man feststellen, die Geschichte des Vernunftsbegriffs ist im Wesentlichen eine Geschichte der vernünftigen Kritik des Vernunftsbegriffs gewesen. Und wen es interessiert, wer jeweils warum, was unter Vernünftigkeit verstanden hat und was gegenwärtig so diskutiert wird, wenn es darum geht, der kann mal in besagtes kleines Buch von Schnedelbach reinschauen. Und er weiß dann eher, was er oder sie meint, wenn er oder sie sagt, etwas sei vernünftig oder unvernünftig. Eine wirklich hilfreiche Lektüre.